Investitionsarten. Was, wann und warum. Im Rahmen des Investitionsmanagements lassen sich verschiedene Arten von Investitionen identifizieren. Einerseits nach dem Investitionsgut bzw. nach dem Investitionszeitpunkt und andererseits nach dem Investitionszweck. Hierzu sehen wir uns jetzt diese drei verschiedenen Kategorien etwas genauer an. Starten wir mit dem Investitionsgut, also mit der Frage, in was wird investiert. Und bei enger Betrachtung des Investitionsbegriffes, also sprich bei einer Investition bezogen auf das Investitionsanlagevermögen, wird hier zwischen immateriellen Vermögensgegenständen wie zum Beispiel eben Patente oder Lizenzen oder aber auch nach Sachanlagen bzw. Finanzanlagen unterschieden. Die zweite Kategorie, welche wir im Zusammenhang mit dem Investitionsmanagement kennen, ist die Investition nach dem Investitionszeitpunkt. Also hier geht es um die Frage, wann wird investiert. Auch hier können wir eine Unterteilung vornehmen in Gründungsinvestitionen bzw. in laufende Investitionen. Unter der Gründungsinvestition, also wie es auch hier der Name schon vermuten lässt, geht es um Investitionen, welche im Rahmen der Unternehmensgründung, also wirklich zu Beginn getätigt werden. Und im Unterschied hierzu sprechen wir von laufenden Investitionen, wenn diese oder wenn das Unternehmen bereits gegründet ist und schon einige Zeit besteht und hier wiederum dann in weiterer Folge Investitionen getätigt werden. Und die dritte Kategorie, nach der wir Investitionen unterscheiden, ist nach dem Investitionszweck. Und auch hier können wir wiederum drei unterschiedliche Arten unterscheiden. Einerseits Ersatzinvestitionen, Rationalisierungsinvestitionen und zu guter Letzt auch noch Erweiterungsinvestitionen. Ersatzinvestitionen bedeutet nichts anderes, wie das eine bestehende Maschine beispielsweise oder beispielsweise eine bestehende Maschine durch eine andere Maschine ersetzt wird. Also sprich etwas kommt heran oder ein Gut wird sozusagen ausgeschieden und im Gegenzug dazu kommt ein neues Gut herein. Wenn wir uns dann Rationalisierungsmaßnahmen beziehungsweise Rationalisierungsinvestitionen anschauen, so wird darunter verstanden, dass diese einen wirtschaftlichen Aspekt haben. Bleiben wir wiederum beim Beispiel der Maschine. Beispielsweise die alte Maschine wird ausgetauscht durch eine neue Maschine. Jedoch ist die neue Maschine in der Lage, beispielsweise mehr Stück in der Stunde zu produzieren. Und dementsprechend haben wir dann einen wirtschaftlichen Vorteil als Unternehmen, da wir in der Stunde mehr produzieren können. Und zu guter Letzt kennen wir dann eben noch die Erweiterungsinvestitionen und dies bedeutet nichts anderes, dass wir zu einem bestehenden Gut, wenn wir bei der Maschine bleiben, zu einer bestehenden Maschine noch eine zusätzliche weitere Maschine hinzukaufen, um so dann mit zwei Maschinen gleichzeitig produzieren zu können und nicht nur mit einer.